Schmid, Loris, ihr seid seit einem Monat am Proben gewesen. Wie war es jetzt, wenn es hier los ging? Ja, es war zuerst recht nervös. Ab dem ersten Ton ging es dann eigentlich. Er ist nervös verflogen und ich war einfach im Tunnelblick. Ich habe einfach das Spiel auf eine Note gestellt und das so durchgezogen. Wie warst du die Stimmung untereinander? Es war eigentlich eher ziemlich ruhig. Einzelne Personen waren recht nervös vor einem Solo oder irgendetwas. Am Nachmittag haben wir noch den Marsch Music Wettbewerb. Auf was kommt es da eigentlich an? Neuerdings wird das Militärische mehr bewertet als das Musikalische. Das heisst einfach mit gerade laufen und schönem Schritt. Und ja, das ist jetzt, wie er bei der Jugendmusik bereitlegen muss, da nicht sehr grossen Wert darauf. Einer auf die Saalkonzerte. Nachmittag Vielen Dank.